Vor geladenen Gästen erfolgt am 22. März die Eröffnung des deutschen Fernsehprogrammbetriebes durch den Reichs Sendeleiter. Im Raum sind zwei große und fünf kleine Fernsehempfänger der Firmen Telefunken und Löwe aufgestellt. Dank der organisatorischen Kraft meiner nationalsozialistischen Mitarbeiter im Rundfunk vollziehen wir in diesem Augenblick auf deutschem Boden einen Kulturfortschritt, der einmal als die Krönung vieler technischer Einzelentwicklungen der letzten Jahrzehnte angesehen werden wird. In dieser Stunde heute wird der Rundfunk berufen, die größte und heiligste Mission zu erfüllen, nun das Bild des Führers unverlöschlich in alle deutschen Herzen zu planten. Achtung, Achtung! Hier sind die Ultrakurzwellensender Berlin-Witzleben auf Welle 6,772 Meter für Wild und auf Welle 7,06 Meter für Ton. Das Reichspostzentralamt überträgt Fernsehversuchssendungen. Fernsehsender Paul Nipko. Wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen in den Fernsehstuben Groß-Berlin mit dem deutschen Gruß Heil Hitler. Das Fernsehen, obwohl noch im Versuchsstadium, sendet regelmäßig. Eine Konkurrenz fürs Radio stellt es nicht dar. Der Rundfunk ist und bleibt das Propaganda-Instrument mit der größten Wirkung. Den über 30 Millionen Rundfunkhörern stehen lediglich ein paar hundert Fernsehzuschauer gegenüber. Gezeigt wird ein ganz normales Programm. Viel Unterhaltung und leichte Muse. Rezepte für die tüchtige Hausfrau, Sport- und Leibesübungen und zwischendurch den einen oder anderen Propaganda-Bericht. Das Gericht kann sich noch gar nicht. Aber ich werde dir aber mit schmitten. Dann gibt es fürs Leckermann noch was zum Nachtisch. Ah, ja, die Weintrauben mit Familiensoße, herrlich. Aber Frau Wirt, in Ihnen fällt es ja nicht schwer. Sie bekommen immer die schönen Gerichte vom Deutschen Frauenwerk auf dem Marken zu bekommen, bei der Frauenschaft, bei der Partei und an allen möglichen Stellen. Und regelmäßig, für jede Woche, für jeden Monat, dann müssen die Gerichte, die ja so ausgezeichnet sind, müssen Ihnen ja gelingen. Ich hole sie mir auch immer. Ja, ich fange gleich an. Ich bin zu kurz mit dem Nachtisch. Danke. Hm, Gymnastik fürs Heim und Kindergymnastik gehören zum ständigen Programm des Fernsehsenders. Hm, man bloß gut, dass alles Schwindel ist, nicht? Tja, wenn man eine böse Schwiegermama hat, die keinen Spaß versteht und die sieht dann alles, was man tut, schau auch nicht aufzudenken. Wie? Das ist doch ein Trick. Die kleine Dame sitzt doch in den Karten drin, nicht? Nein, das ist kein Trick. Die Sprecherin sitzt im Fernsehlaboratorium, da reicht was, im Witzleben. Sie können sich übrigens selbst davon überzeugen. Wer die Dame gleich mal anrufen? Ach so, fein. Hier Fernsehlaboratorium Witzleben. Hier Fernsehstelle Nord. Ach, da will wohl wieder jemand nicht glauben, dass die Fernsehübertragung echt ist. Richtig. Erzählen Sie uns doch bitte einfach über den Sender, welche Möglichkeiten das Fernsehen bietet. Dann werden schnell alle Zweifel zerstreut sein. Sehr gern. Fangen wir also mit der unmittelbaren Übertragung an. Das Olympiastadion, wo die Leichtathleten um Medaillen kämpfen, ist seit langem ausverkauft. Doch auch Zuschauer ohne Karten erhalten eine Chance, die Wettkämpfe zu verfolgen. Erstmals gibt es Fernsehdirektübertragungen. Im Mittelpunkt des Reichsportfeldes liegt das Olympiastadion, das der Schauplatz von vielen heißen Kämpfern sein wird. Hunderttausend finden im Stadion Platz und den vielen anderen, die keinen Einlass mehr fanden, bietet der Fernsehdienst Gelegenheit, mit Auge und Ohr an den großartigen sportlichen Schauspiele teilzunehmen. Wie hier im Olympischen Dorf können die Berliner und ihre Gäste in 25 über die ganze Stadt verteilten Fernsehstuben die Sportereignisse miterleben. Und das kostenlos. Das größte Gebäude im Olympischen Dorf ist das Hindenburghaus. Hier können die Sportler ihre Freistunden verleben. Hier ist ein Theatersaal, hier sind Spielsäle, Übungssäle und eine Fernsehstube. Aber um darüber etwas zu erfahren, wenden wir uns an den Soldaten, der hier steht und eine weiße Armbinde trägt. Waren Sie eigentlich einmal drin hier in der Fernsehstube? Ich war schon mal hier drin und es ist immer ein sehr starker Andrang in der Fernsehstube. Auch die ausländischen Sportler? Jawohl, sämtliche internationalen Sportler sehen sich dieses Fernsehen gerne an. Fernsehen als Gemeinschaftserlebnis in der öffentlichen Fernsehstube. Die Übertragungen von den Olympischen Spielen fanden größtes Interesse. Die vom Parteitag ein weit geringeres klagt die Reichssendeleitung. Die Zeit wird kommen, wo der Fernsehempfänger allgemein gut geworden ist. Wo jeder Deutsche teilnehmen kann am Erleben des ganzen Volkes. In Berlin nimmt die erste öffentliche Fernsehsprechstelle ihren Betrieb auf. Sie verbindet die Hauptstadt mit der Messestadt Leipzig. Es sind schon Ferngespräche möglich, bei denen sich beide Partner gegenseitig sehen können. Für das Publikum eine ganz einfache Sache. Beide Partner gehen in eine Gegenseezelle. Hallo? Tag Helga. Na siehst du, da bin ich selbst. Na wunderbar. Und wie deutlich. Du, ich sehe sogar, dass dein Schlitz wieder mal mich sieht. Oh, da soll ich... Omnibusse, die mit Treibgas betrieben werden. Ersatz für das fehlende Benzin. Es sind Filmaufnahmen für die Kalenderblätter. Einen Fernsehbericht, der in Großbildstellen und Lazaretten den Soldaten gezeigt wird. Der Kommentator beschreibt, im Stil der Zeit, eine Sommeridylle in Berlin. Verschweigt aber die Gründe, die zu den Notmaßnahmen führten. Zum Beispiel den Gemüseanbau inmitten der Stadt. Großstadtverkehr, Juli 1943 in der Reichshauptstadt am Alexanderplatz. Straßenbahnen, Lastkraftwagen mit Lebensmitteln und sonstiger kriegswichtiger Ladung. Und ringsherum die Hochhäuser und Büros, in denen Männer und Frauen für den Sieg arbeiten. Kameraden, seht einmal genau hin, dort in der Mitte auf dem Rondel, was dort wächst. Das könnt ihr nicht erkennen und dann gehen wir näher ran. Könnt ihr es jetzt? Ja. Das ist nämlich gar kein Rasen, wie ihr geglaubt habt, sondern das ist das Gemüse. Und es ganz genau zu wissen, Runkelrüben sind es. Aber nicht nur auf dem Alexanderplatz, sondern zum Beispiel auch hier. Und was ist das, was sich hier im leichten Sommerwind wägt? Die Landwirte unter euch werden es vielleicht wissen. Raps ist es. Und dahinter erhebt sich die Kirche auf dem Blücherplatz. Ausführlich werden Filmaufnahmen vor dem Haus des Rundfunks beschrieben. Denn Berlin spielt bis zum Kriegsende als Filmstadt eine führende Rolle. Volker von Kolande probt eine Szene mit Irene von Mayendorf und Kurt Jürgens. Herr Jürgens spielt einen jungen Komponisten, der einen Tag Urlaub von der Front bekommen hat und hier im Funkhaus eine Komposition zu dirigieren hat. Und da hat er nun in der U-Bahn auf dem Weg hierher seine Aktentasche liegen. Und was haben Sie damit zu tun? Ich trage ihm die Aktentasche nach. Ich trage ihm die Aktentasche nach. Wir kiden dir etwas, warumES Sie damit zu spüren. Ich trage ihm die knappe und unterliemt es nicht. Und dann kann man eine Abime bossen die Date und den Radarfeierabend einladen. Vielen Dank.